In diesem Video spreche ich mit Markus Frohnmaier, er ist der Kandidat der AfD, geboren in Rumänien, er war Pressesprecher von Frauke Petry und Alice Weidel und ist momentan der drittjüngste Abgeordnete im Bundestag. Herzlich willkommen, Markus Frohnmaier, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auf unser Gespräch heute. Jetzt bist du ja lange in Berlin und im Bundestag, wenn du jetzt nichts mit Politik zu tun hast, wie nutzt du die Zeit in Berlin? In Berlin, also vor allem mit der Familie, ich schaue immer, dass die Familie für die Sitzungswochen mit dabei ist, damit man einfach ein bisschen auch was voneinander hat und da machen wir Ausflüge, gehen auch gerne mal essen und ansonsten, wenn jetzt Sitzung frei ist, sind wir überwiegend hier im Wahlkreis. Ja, das warst du ja schon die ersten vier Jahre im Bundestag. Hast du da deine eigenen Erwartungen erfüllt? Also bist du der Abgeordnete, der du versprochen hast zu sein, auch dir selbst? Also ich glaube, dass man, so ging es mir zumindest, am Anfang nicht groß einen Plan gemacht hat, was möchte ich jetzt zwingend oder unbedingt erreichen, sondern man war ja erst mal neugierig und eher offen und ein Stück weit auch, so ging es mir zumindest, überwältigt, weil ich nicht geplant hatte oder damit gerechnet habe, dass man damals mit 26 Jahren schon die Möglichkeit hat und auch die die Ehre, die Bürger in Berlin vertreten zu können. Und natürlich gibt es einige Projekte und Initiativen, auf die man jetzt zurückblickt und sagt, da freue ich mich darüber, dass es geklappt hat, dass die auch gut ankamen und dass sie in Teilen sogar von den anderen Parteien übernommen worden sind. Ja, gab es da irgendwas in diesem Prozess, wo du gesagt hast, das war anders, als du erwartet hast? Also hat dich da irgendwas erstaunt oder gab es irgendwelche Vorurteile, die da nicht zugetroffen haben oder die zugetroffen haben? Ich muss ehrlich sagen, ich hatte gehofft, dass in den Ausschüssen stärker konsensual diskutiert wird und dass man dort, also fernab quasi, der Kameras, es sind ja meistens dann auch nichtöffentliche Sitzungen, die stattfinden, Sache hier diskutiert. Natürlich war mir klar im Plenum, das ist schon auch irgendwo die Bühne, wo der Schlagabtausch zwischen den Parteien stattfindet und das ist ja auch richtig so. Aber ich hatte eben gehofft, dass in den Ausschusssitzungen selber man etwas, ich sage jetzt mal, ergebnisorientierter diskutieren kann. Und da war ich dann schon ein bisschen enttäuscht, weil letztendlich ganz unabhängig davon, wie gut Vorschläge sind, wie gut Ideen waren, sie wurden immer streng nach dem Prinzip, wir schauen uns, wer hat es eingebracht, eben abgelehnt oder angenommen. Und das finde ich schade, weil ich mir immer eigentlich zum Ziel gesetzt habe, dass ich auf die Sache schaue und mir dann überlege, ergibt diese Initiative oder der Antrag Sinn? Und wenn es der Fall ist, war mir immer relativ egal, wer hat es eingebracht. Okay. Wie fühlst du dich im Bundestag? Also auch wenn du jetzt sagst, das ist manchmal nicht so konstruktiv, wie du es dir wünschen würdest oder wie du es dir wünschst. Ist es dann Arbeitsatmosphäre oder hat es auch so ein bisschen was von Politik oder Kampf oder wie schätzt du das ein? Also zum einen betreibt man die Arbeit dort natürlich unfassbar gerne, weil man sehr, sehr frei in dem Politikfeld, in dem ich unterwegs bin, eben auch Initiativen entwickeln kann. Wir haben ein junges Team in Berlin. Mein Büro ist, sage ich mal, vergleichbar mit so einem Startup. Da bin ich jetzt mit einer der Ältesten. Ich bin, glaube ich, sogar fast der Älteste bei mir im Büro. Und da sind eben viele junge Leute, die wirklich wahnsinnig viel Lust haben und Freude an der Arbeit und die was verändern wollen. Und darauf kommt es, glaube ich, dann im politischen Betrieb vor allem an, dass man auch noch was verändern will und dass man sich nicht eben mit den Dingen zufrieden gibt und alles so eingefahren ist. Das hast du gesagt, ihr wollt was verändern. Meine nächste Frage wäre, was treibt dich an oder was treibt euch an, das zu machen, was sie machen? Also zum einen ist es natürlich so, ganz am Anfang waren viele von uns eben politisch interessierte junge Leute, die gesagt haben, so wie es momentan läuft und von den Regierenden betrieben wird, da sind wir nicht einverstanden mit. Da muss sich eben einiges verändern. Jetzt, wenn man ein wenig älter geworden ist, auch Verantwortung für Sohn und Tochter trägt, da macht man sich natürlich auch schon Gedanken darüber, wie sieht es denn eigentlich mal bei denen in 10, 20 Jahren aus, können die Kinder vielleicht hoffentlich eine vergleichbar harmonische und auch geschützte Jugend und dann eben auch später entsprechende Perspektiven beim Berufseinstieg und ähnliches erleben, wie es selber einem eben möglich war, weil eben, ich sag mal, vieles hier bei uns in der Region, im Landkreis in den letzten Jahrzehnten relativ beständig und gut sich entwickelt hatte. Und es gibt aber natürlich aufgrund der momentanen Politik der anderen Parteien bestimmte Gebiete, sei das jetzt die Wirtschaft, sei das die Infrastruktur, sei das aber jetzt vielleicht auch der Umgang mit der Lockdown-Situation, mit der Corona-Pandemie. Punkte, die müssen anders gemacht werden, sonst sieht es, glaube ich, mit der Zukunft der eigenen Kinder eher schwierig aus. Gibt es da einen Bereich, wo du sagst, das ist dir für deine Kinder besonders wichtig? Natürlich, also das ist natürlich vor allem auch die wirtschaftliche Stabilität, die wir hier in Baden-Württemberg, aber auch vor allem im Landkreis Böblingen haben. Das bedeutet, die Politik muss hier Grundvoraussetzungen schaffen, dass der Wirtschaftsstandort auch hier im Landkreis Böblingen weiterhin attraktiv bleibt. Und dann zum anderen das Thema innere Sicherheit. Also wir erinnern uns alle an die Stuttgarter Krawallnacht, die tatsächlich zum Kontrollverlust der Polizei und des Staates an diesem Abend geführt hat. Oder eben auch, wie vor zwei Tagen veröffentlicht, eine Studie des BKA, die eben ganz deutlich zeigt, dass in Deutschland mittlerweile bis zu zweimal am Tag eine Gruppenvergewaltigung stattfindet. Und als Vater einer Tochter macht man sich da natürlich schon Gedanken, oje, was kommt da auf einen zu? Also das ist dann auch, hast du persönlich einen Bezug oder spielst du auch, spielt das für dein persönliches Leben auch eine Rolle? Die politischen Entwicklungen, die hier in der Region stattfinden, aber auch in Deutschland auf jeden Fall. Okay. Genau, ich würde jetzt dich als nächstes bitten, ein paar Punkte zusammenzufassen von deiner Website und deinem Wahlprogramm, weil nicht jeder die Zeit hat, um sich die Zeit, die ganzen Sachen durchzulesen. Auf deiner Website hast du eine Seite, wo es um deinen Wahlkreis geht, also um unseren Wahlkreis. Kannst du da was dazu sagen, was ist dir diesbezüglich wichtig? Also am wichtigsten ist mir natürlich, dass der Standort hier, der Wirtschaftsstandort attraktiv bleibt. Dafür müssen wir Rahmenbedingungen schaffen, die es Unternehmen ermöglichen, auch weiterhin hier entsprechend sesshaft zu sein und zu wirtschaften. Das fängt an beim Thema Energie. Energie muss bezahlbar bleiben und da muss man natürlich immer schauen, dass man das Wirtschaftliche mit der Ökonomie in einem, also mit dem Ökologischen in einen Einklang bringt. Aber es darf eben nicht dazu führen, beispielsweise wie das von Öko-Extremisten gemacht wird, dass wir unbezahlbare Strompreise haben, Spritpreise massiv nach oben gehen, sich das nur noch eben am Ende reiche Leute leisten können, beispielsweise auf ein Pkw zurückzugreifen. Es darf nicht dazu führen, dass man aufgrund beispielsweise von Lieferkettengesetzgebungen und ähnlichem eine Situation schafft, wo Unternehmen zweimal überlegen, ob sie hier weiterhin ihren Standort haben. Und da glaube ich, müssen wir zum einen dafür sorgen, dass Bürokratie abgebaut wird, dass wir bei dem Thema Steuern entlasten, dass wir aber eben auch vor allem bei dem Thema Energiepreise genau hinschauen. Kann nicht sein, dass wir in Deutschland mittlerweile mit die höchsten Energiepreise haben, europaweit gleichzeitig durch eine überstürzte Abschaltung von AKWs oder eben auch vom überstürzten Ausstieg aus der Kohlekraft dazu übergehen, aus dem Ausland dann eben genau von denen quasi, die wir hier in Deutschland abschalten, Energie aufzukaufen. Was sollte die Politik dann anders machen in dem Punkt? Die Politik muss hier einfach rationaler wieder an die Sache rangehen. Das kann nicht sein, dass man aufgrund von Medienlagen politische Entscheidungen trifft, sei das jetzt eben ein Ereignis, das am anderen Ende der Welt stattfindet, Fukushima, das dazu geführt hat, dass man damals völlig unkoordiniert und überstürzt sich dazu entschieden hat, diese Energiewende umzusetzen. Oder dass man halt immer sagt, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, indem man dann beispielsweise eine CO2-Besteuerung einführt, die jetzt schon den Verbraucher und die ganz einfachen Leute da draußen massiv betrifft. Jedes Mal, wenn man an die Tankstelle fährt, sieht man es ja jetzt. Also das sind alles solche Wellness-Entscheidungen, die global erst mal nichts verändern, die aber dann immer vor allem den Verbraucher treffen und das ist keine, sage ich mal, vorausschauende Politik und auch keine soziale Politik, sondern das ist eine Politik, die ganz häufig auch gegen die Interessen der Bürger geht. Genau, jetzt habt ihr ja auch in dem Programm den Punkt freie Nutzung der Verkehrsmittel ohne Schekanen, das geht dann wahrscheinlich auch genau in die Richtung. Also der Landkreis hier, der lebt mit von der Automobilindustrie, die in alle Bereiche, sei das dann nachher den Tourismus, wenn wir uns die Hotelbettenbelegung anschauen, also ohne Daimler und Co. sieht es hier eher schwierig aus und da muss man sich natürlich überlegen, ist es so klug, wenn man durch politische Vorgaben dafür sorgt, dass der Verbrennungsmotor und damit eigentlich auch der Garant unserer wirtschaftlichen Stabilität hier im Landkreis überwunden wird. Normalerweise kommt eine Innovation aus dem Markt. Wenn der Markt eben aufgrund der Nachfrage feststellt, da wird jetzt überwiegend von den Verbrauchern ein Elektrofahrzeug angefragt, dann findet eben auch eine Wende, eine Transformation statt, also weg vom Verbrennungsmotor hin eben zum Elektromotor. Aber was hier stattfindet, ist genau das Gegenteil. Die Politik verordnet es, quasi staatlich verordnet und das findet normalerweise eher in, ja man muss es schon so hart sagen, in sozialistischen Ländern statt, weil in eher, ich sag mal, marktwirtschaftlich orientierten Ländern regelt das der Markt und nicht irgendwie ein politisches Ministerium, das sagt, ja aufgrund ökologischer Erwägungen, die im Übrigen auch falsch sind, die sind überhaupt nicht umweltfreundlicher. Also mit den Dieseln, die wir heute bauen, können wir tatsächlich sogar die Luft am Neckartor reinigen. Also das sind ja alles Sachen, die da einfach beiseite geschoben werden und man sagt halt, okay, es gibt einen globalen Trend, der geht hin in Richtung Elektromobilität, da wollen wir irgendwo mithalten können oder mitmachen und darum verordnet die Politik das jetzt eben entsprechend. Und das halte ich für falsch, weil ich glaube, dass Deutschland hier eben einen Irrweg beschreitet, der am Ende dazu führt, dass im Rest der Welt eher nicht Elektromobilität gefahren wird, sondern da werden sie weiterhin halt ihren Diesel und Benziner fahren und Deutschland so ähnlich wie bei allen anderen Themen, sei das die Asyl- und Flüchtlingskrise, sei das die Energiewende damals als Vorreiter vorausgehen will und am Ende der große Verlierer auf dem Platz ist. Aber war das jetzt nicht zum Beispiel, wenn man jetzt nach China schaut, da ist es ja so, dass da Elektromobilität sehr stark gepusht wird und da gehen ja auch sehr viele Autos von da hin, also die werden ja jetzt nicht irgendwie in Deutschland oder in Bolivien oder Afrika oder so verkauft. Also ich glaube, dass es natürlich schon so ist, dass man das zum einen mal gesamtwirtschaftlich betrachten muss. Wenn wir auf China schauen, wenn wir auf Japan schauen, aber auch auf die USA, da muss man schon feststellen, dass diese Länder, wenn es um den herkömmlichen Verbrennungsmotor geht, nicht unbedingt immer wettbewerbsfähig mit Deutschland waren oder mit der deutschen Automobilindustrie, gerade was Einspritztechnik etc. anbelangt, da sind wir nach wie vor Weltmarkt führen. Was mache ich jetzt, wenn ich als Land die Marktführerschaft eines anderen oder dessen Unternehmen infrage stellen will? Natürlich versuche ich etwas zu hypen, etwas in den Fokus zu rücken, wo ich natürlich eine, ich sage mal, maximal gute Ausgangssituation für mich mitbringe. Wenn wir bei China bleiben, China hat halb Afrika mittlerweile quasi dinglich abgesichert. Die sind dort überall aktiv, die haben quasi beliebig Zugriff auf Ressourcen, die ich dazu benötige, um Akkus und Batterien nachher herzustellen für die Elektrofahrzeuge. Und China weiß auch ganz genau, dass die Herstellung von einem Elektromotor weitaus einfacher ist, wie beispielsweise von Verbrennungsmotoren. Das wird dann überwiegend alles automatisch, automatisiert stattfinden können. Und man kann damit natürlich, Stichwort wirklich Wirtschaftskrieg, Wettbewerber, globale Wettbewerber Schachmatz setzen. Also ich empfinde es schon auch als einen quasi groß angelegten Angriff auf die deutsche Automobilindustrie, der perspektivisch dazu führen soll, dass man eben die Marktführerschaft übernehmen kann. Und das geht natürlich wunderbar, wenn man die Ressourcen hat. Da können wir mal einen Haken bei China hinmachen. Und wenn man natürlich auch das entsprechende politische und volkswirtschaftliche Gewicht hat, das ist die größte Volkswirtschaft der Welt mittlerweile, einer der wichtigsten deutschen Absatzmärkte oder der wichtigste, wenn wir uns da ehrlich machen. Und dass das dann jetzt sich in die Richtung entwickelt, ist natürlich wenig verwunderlich. Aber da sollten wir natürlich dagegen halten, weil meinetwegen ist es so, dass sie sich dann Elektromobilität leisten können als Verbraucher, wenn man auch entsprechend einmal die Versorgung sicherstellen kann, aber auch die Fahrzeuge für die Kosten produzieren, dass weiterhin die gleiche Mobilität beim Verbraucher gewährleistet wird. Und das ist doch die große Frage. Was bedeutet denn der Trend hin zur Elektromobilität? Da werden sich dann nun noch einige privilegierte Klimakitsreiche, deren Eltern dann irgendwie die Stadtvilla auf dem Killesberg haben, die werden sie natürlich mit 18, 19 und 20 ihr Fahrzeug leisten können. Die bekommen dann halt einen Tesla von Papa oder sowas. Aber ich sage jetzt mal, die ganz normalen Leute da draußen, die morgens irgendwie um sieben aufstehen und zur Arbeit fahren müssen und vielleicht dann auch noch im ländlichen Raum wohnen und wo die ÖPNV-Anbindung nicht ganz so toll ist, die werden natürlich die Leidtragenden dieser Politik sein. Und darum sage ich ganz klar, freie Fahrt für freie Bürger. Wir müssen beim Diesel bleiben. Ja, dann noch ein anderer Punkt. Im Programm Integration mehr als nur Deutsch werden. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Was ist Integration für die AfD? Also vielleicht auch da, die AfD ist keine Partei, die jede Form von Migration ablehnt. Das wird immer gerne der Eindruck erweckt. Hat das denn die Ausländerfeinde oder sowas? Nee, darum geht es gar nicht. Die AfD sagt, wenn ich als Migrant in ein Land wandere, da muss ich erstens eine entsprechende Qualifikation mitbringen können, die der entsprechenden Volkswirtschaft eben nützlich ist. Und zum Zweiten muss ich natürlich auch die Gepflogenheiten dieses Landes annehmen, akzeptieren und im Idealfall auch meinen eigenen Kindern vermitteln wollen, weil dann ist eben eine Integration gelungen. Wenn ich in Land gehe, einfach aufgrund von wirtschaftlichen Erwägungen und sage, ja, eigentlich kann ich mit der Kultur hier gar nicht so viel anfangen. Die Frauen laufen mir hier alle zu frei rum. Die sind ja gar nicht vollverschleiert und haben keine Kopftücher auf. Oder beispielsweise dieser westliche Lebensstil mit den parlamentarischen Demokratien. Das ist was, was mir nicht liegt. Da müssen wir natürlich auch darauf eine robuste Antwort geben können und sagen, hey, Kollege, du passt nicht zu uns. Dann ist wahrscheinlich besser, wenn du wieder in die Heimat gehst. Okay. Und auch jetzt für Leute, die schon länger hier sind? Oder jetzt primär für Migranten, die... Es gibt Leute, die leben und arbeiten seit 30, 35 Jahren in Deutschland, aber sprechen beispielsweise noch kein Wort Deutsch. Die sind dann eher, ich sage jetzt mal, im zweiten Arbeitsmarkt unterwegs. Und da ist es natürlich schon traurig. Das ist auch was Tragisches. Da muss man eigentlich schon schauen, dass diese Leute in Zukunft auch entsprechend dazu verpflichtet werden, dass sie eben hier zum einen natürlich den Spracherwerb, dass der sichergestellt ist. Zum anderen, das finde ich aber auch das Wichtigste, die Bringschuld. Wenn ich irgendwo hingehe, da muss ich natürlich schon auch schauen, dass sie mich einbringen, dass ich die Sprache sprechen kann. Das wäre auch mein eigener Anspruch an mich, wenn ich in irgendein anderes Land gehe, um dort eben entsprechend erwerbstätig zu sein. Was wir aber ablehnen als AfD, und da haben wir auch ganz klar das im Programm so festgeschrieben, ist eine Massenmigration. Also wenn völlig unkontrolliert, unabhängig von der Qualifikation des Einzelnen eine Migrationsbewegung nach Deutschland stattfindet, dann sind wir eben die Partei, die immer gesagt hat, Leute, das geht so nicht. Ihr könnt die Welt nicht retten oder Kalkutta nicht retten, indem ihr Deutschland zu Kalkutta macht, um Schondatur an der Stelle zu zitieren. Da muss man natürlich schon schauen, dass man dann eher vor Ort unterstützt und hilft. Und da haben wir natürlich auch gute Ideen und Vorschläge. Wie sieht dann, also wie sollte die Politik laut euch und laut der AfD Integration unterstützen? Also wie sieht gute Integrationspolitik aus? Also zum einen muss sie stärker auf die Selbstverantwortlichkeit des Einzelnen wieder ausgerichtet sein. Wer herkommt, der hat eine Bringschuld, der muss sich natürlich auch bemühen wollen. Zum anderen natürlich ganz klar auf den Spracherwerb. Und zum dritten müssen wir darauf achten, wenn wir jetzt über qualifizierte Zuwanderung sprechen, dass tatsächlich die Qualifikationen vorliegen, die wir im Arbeitsmarkt auch benötigen. Alles andere wäre unehrlich. Ich kann ja nicht Leute nach Deutschland kommen lassen, die hier keine Verwendung finden. Das ist für uns frustrierend und das ist für die frustrierend. Jetzt haben wir schon ein bisschen über Inhalte geredet. Ich will jetzt ein bisschen auf die Partei AfD kommen und da auch erstmal nochmal die Frage, warum Alternative? Also was macht euch zu Alternativen zu den anderen Parteien? Also ich denke, dass es vor allem auch damit zu tun hat, dass man nach wie vor, auch wenn die Partei jetzt acht Jahre auf dem Buckel hat, das ist, wenn man das jetzt unter Parteien vergleicht, immer noch quasi in den Kinderschuhen. Das ist eine Partei, wo ich nach wie vor die Möglichkeit habe, ganz, ganz massiv mitzubestimmen. Wenn ich mir andere Parteien in Baden-Württemberg anschaue, dann haben die alle beispielsweise Delegiertensysteme. Das bedeutet, dass einige wenige, die natürlich zwar auch gewählt worden sind, aber meistens sind das Funktionäre, die Möglichkeit haben, auf Parteitagen Entscheidungen mitzutreffen. Bei uns kann jeder, der Mitgliedsantrag gestellt hat, der eben positiv beschieden wurde, auf den Parteitag kommen und sofort von Anfang an mitbestimmen. Das heißt Personal, Programm und Inhalt mitbestimmen. Und so viel direkte Demokratie gibt es in keiner anderen Partei in Baden-Württemberg. Das ist dann für dich auch manchmal einer Punkt, wo du sagst, es ist zu frei. Also da kommen dann auch Leute mit rein, die eine Meinung haben, die nicht zu dem passt, was in der AfD drin ist. Also natürlich ist es immer schwierig, wenn man eine neue Partei gründet, zu schauen, wer kommt da eigentlich. Teilweise wie bei uns jetzt 30.000 Leute mit völlig unterschiedlichen Ideen, Vorstellungen und Zielen. Da gibt es mitunter auch Leute mit dabei, die eher nicht ganz so gut zu uns passen. Aber was wir machen, im Gegensatz zu anderen Parteien eben auch, wir haben einen sehr strikten Aufnahmekatalog. Das heißt, wir machen Treffen, wir sprechen mit jedem einzelnen Bewerber. Also jeder, der Mitglied werden will, muss quasi ein Gespräch absolvieren. Der wird da quasi mit dem Grundsatzprogramm konfrontiert. Der muss eben da auf Herz und Nieren geprüft werden. Aber was wir natürlich nicht machen können, irgendwie ja investigativ unterwegs sein. Wir müssen letztendlich darauf vertrauen, was uns der Bewerber im Gespräch dann eben auch sagt. Und dann ist man erst mal Mitglied. Man hat eine Probezeit. Keine Frage, wenn man sich innerhalb dieser Probezeit nicht zu Schulden kommen lässt, dann wird man auch Vollmitglied. Wie ist für dich das Verhältnis zwischen der AfD und den anderen Parteien? Also das ist ja von außen wirkt das ein bisschen angespannt. Ist das so, wie es von außen aussieht? Oder wie nimmst du das wahr? Also ich glaube, dass sich die anderen Parteien es immer noch zu einfach machen, indem sie halt sagen, wir wollen uns eher nicht mit den Inhalten und Punkten der AfD auseinandersetzen, sondern wir versuchen das mal so oberflächlich abzutun und zu sagen, ja, das sind irgendwie alles Rechte oder sowas. Ja, nee, mit denen wollen wir nicht reden. Also das ist, glaube ich, nicht der Weg, wie man rangehen sollte. Man darf nicht vergessen, über sechs Millionen Menschen in Deutschland haben die AfD gewählt. Wir sind eine quasi demokratisch gewählte Partei im Deutschen Bundestag. Nicht nur irgendeine, sondern im Moment die größte Oppositionspartei. Und da muss man sich schon angemessen, das finde ich auch, das hat mit Respekt zu tun, mit einer Partei auseinandersetzen. Uns gegenüber begegnet man häufig im Privaten. Und ich sage mal, wenn die Kameras weg sind, anders, wie wenn die Kameras an sind. Ich finde das immer wieder bezeichnend, weil es gibt schon oft Situationen, wo die Leute halt herkommen und sagen, ja, da habt ihr ja schon eigentlich recht, wo ich mir dann halt auch die Frage stelle, ja, das hättest du jetzt auch mal in der Debatte sagen können. Warum ist man da nicht grundsätzlich ein wenig ehrlicher unterwegs? Also wenn ich irgendwas gut finde, auch inhaltlich, da bin ich in der Lage, sowas zu gutieren, dann sage ich, ja, da haben die recht, das haben sie gut gemacht. Und da bricht mir kein Zacken aus der Krone. Jetzt hast du es ja am Anfang schon ein bisschen gesagt, so im Bundestag ist es teilweise auch angespannt, auch in den Ausschüssen und so. Da ist nicht so viel die Konstruktivität im Mittelpunkt. Kannst du da nochmal ein bisschen was dazu sagen? Also gibt es da solche und solche oder ist das ein Gesamtbild, was sich bei allen so ein bisschen wiederfindet? Also zum einen ist man natürlich immer vor der Herausforderung, dass man in relativ wenig Redezeit die Themen auf den Punkt bringen soll. Das führt mitunter dazu, dass man eben nicht so, ich sag mal, sachlich wie möglich die Dinge vorträgt und auch diskutiert, sondern das sollte man halt, wie gesagt, eigentlich im Ausschuss, finde ich, dann machen. Und ja, es ist schwierig. Also da gibt es sicherlich auch Kollegen, die sind immer um Sachlichkeit bemüht. Die gibt es. Wir sind, sag ich mal, im Ausschuss auch eher sachlich orientiert, aber ich gebe natürlich auch zu, dass wir bei den Debatten im Plenum, da wo dann wirklich auch innerhalb kürzester Zeit die Knackpunkte angesprochen werden müssen, da spitze ich auch gerne mal zu und haue auch drauf. Es gehört aber, glaube ich, zu politischen Auseinandersetzungen mit dazu. Gefällt meinen Kollegen der anderen Parteien nicht immer, aber das müssen sie halt aushalten. Wie viele seid ihr bei euch im Ausschuss? Wir sind bei uns im Ausschuss pro Partei quasi ungefähr, ja, zwei bis bei den größten Fraktionen dann fünf Vertreter. Okay, und wie ist dann da, also wie laufen da die Gespräche ab? Hat es da auch feste Redezeiten oder ist das eher so ein bisschen, jeder probiert seins irgendwo reinzubringen? Also es ist so, dass es in der Regel dann eine Tagesordnung gibt, die hat meistens so zwischen sechs und neun Punkte. Dazu werden dann eben Berichterstatter eingeladen, sei das jetzt von Regierungsseiten oder von NGOs oder von der Weltbank oder was auch immer und die können dann befragt werden. Dafür gibt es dann, ja, drei Minuten Redezeit, wo man eigentlich Fragen stellen soll, aber mir ist jetzt als Neuling damals sofort aufgefallen, die meisten Abgeordneten nutzen, diese drei Minuten eigentlich, um irgendwie zu sagen, was sie schon immer mal sagen wollten und die stellen gar keine Fragen, ja. Also das finde ich beispielsweise eher albern. Wir brauchen keine Co-Referate, da kommen Leute her, die haben entsprechend Expertise, manchmal auch weniger, aber die sollte man dann halt befragen und kein Co-Referat halten. Ja, jetzt hast du gesagt, dass du auch gerne mal ein bisschen auspackst und ein bisschen rauer bist. Stellst du dir auch die Zukunft so vor oder gibt es da Punkte, wo du sagst, da würdest du dir wünschen, dass sich die AfD vielleicht auch verändert? Also der AfD wird ja immer wieder das Zuspitzen auch vorgeworfen und die Provokation, da kann ich halt meistens den Vorwurf nur zurückgeben. Wann wird denn über eine Partei berichtet? Entweder die Partei streitet sich, das ist übrigens bei fast allen anderen Parteien auch so, es wird dann stark berichtet und eine Partei gerät dann in den Fokus, wenn eine Partei intern streitet, was eigentlich auch irgendwie merkwürdig ist, weil in einer Demokratie muss ja gestritten werden, warum dann auch nicht in Parteien? Da gibt es Personen und Gruppen mit unterschiedlichen Ideen und die sind immer in einem Wettbewerbsverhältnis zueinander und das sollte was Normales sein. Es hält ja auch die Politik dann irgendwo lebendig. In Deutschland wird aber Streit eher als was Negatives empfunden. Die Bürger wollen immer sehr viel Konsens. Da glaube ich, dürfen wir mutiger werden und auch sagen, angefangen bei Minderheitsregierungen bis hin halt auch mal zu Streitigkeiten in Parteien um die beste Position. Es sollte was sein, das eher, sag ich mal, positiv begleitet wird und nicht ach was für ein verstrittener Haufen oder sowas. So und klar, was ich mir zukünftig stärker wünschen würde, ist natürlich, dass die AfD einfach noch in die Gelegenheit kommt, mehr Verantwortung übernehmen zu können. Weil ich glaube, wir haben gute Punkte, wir sind auch bereit, mit anderen zusammenzuarbeiten, wenn es um die Sache geht und da würde ich mir natürlich schon wünschen, dass der ein oder andere mal die Parteibuchhygiene ablegt. Also in eurer Partei oder? Nee, bei den anderen Parteien uns gegenüber. Okay. Ja, das verstehe ich. Wo ist dann für dich die Grenze? Also wo sagst du, das ist zu rau, das ist irgendwie ein Verhalten, was nicht geht oder das sollte jetzt nicht in den Bundestag? Also wenn es persönlich wird, ich glaube nicht, dass es angemessen ist, wenn man Leute jetzt einfach mit einfach stumpfen Beleidigungen oder Provokationen um ihrer Selbstwillen, also man provoziert nicht nur, um einfach provoziert zu haben, sondern wenn man was Deftiges formuliert, wenn man provoziert, dann muss man damit durchaus eben auch, so finde ich es zumindest, das Ziel haben, was zu transportieren. Aber was auch natürlich absolut klar ist, wenn es gegen unsere geltenden Gesetze geht. Also irgendwie stumpfe Beleidigungen, das wäre eher nicht so meins. Okay, verstehe ich. Dann kommen wir jetzt zu einer Schnellfragerunde, weil du hast jetzt auch viele lange Sätze drin gehabt und viele Kommas und es ist auch gut und okay. Okay, aber jetzt kommt unsere Rubrik Komma auf den Punkt und da stelle ich dir jetzt ein paar Fragen. Das Schwierigste für alle Teilnehmer wahrscheinlich. Kann ich nicht sagen, für mich ist es nicht so schwierig. In welchem Bereich im Bundestag würdest du gerne mitarbeiten? Entwicklungszusammenarbeit. Da, wo du drin bist. Korrekt. Fühlst du dich wohl. Pizza oder Löhne? Pizza. Pizza. Wie stehst du zum Mindestlern? Finde ich falsch. Dass es einen gibt? Ich finde falsch, dass es einen gibt, weil es dem Arbeitnehmer nichts nutzt. Es wäre besser, wenn man nicht Unternehmen Löhne diktiert. Hast du ein politisches Vorbild? Nein. Für wen machst du Politik? Für die Bevölkerung und für meine Kinder. Weißt du schon, was du machst, wenn deine Zeit im Bundestag vorbei ist? Habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Stark. Dann komme ich zur nächsten Frage. Was will die AfD in Herrenberg für Herrenberg verändern? Oder sag ich mal, wo sagt ihr, das wollen wir machen, was Auswirkungen auf Herrenberg hätte? Du hast jetzt schon ein paar Sachen gesagt, aber gibt es da für dich ein Thema, wo du sagst, das ist dir ein Anliegen, das siehst du auch, das ist ein akutes Problem im Wahlkreis? Also was ich gerade mit Blick auf Herrenberg und so ein bisschen das Umland der Stadt natürlich extrem schwierig finde, ist die Funkverbindung. Ich bin hier heute wieder hergefahren und habe versucht, Telefonate zu führen und es war halt extrem schwierig. Und ich habe jetzt nicht irgendwie so einen 0815-Anbieter, sondern einer, der wahrscheinlich ein wenig stärker den Netzausbau mit im Blick hat. Und das ist, denke ich, gerade auch für die Region, wenn wir wieder auf das Thema Wirtschaftsstandort zurückkommen, aber auch für, ich sage jetzt mal, junge Leute. Während der Lockdown-Situation hier in Baden-Württemberg hat das ja eine Rolle gespielt, Homeschooling etc., da ist es schon, finde ich, schwierig vertretbar, wenn man halt weiterhin so auf einem Platz mit Albanien rangiert. Das ist ja kein Witz, das ist ja wirklich so. Und wenn ich an meine Asienreisen denke im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit, also in Südkorea gibt es jetzt 6G und hier, keine Ahnung, träumen wir irgendwie noch von flächendeckend LTE und 5G und was weiß ich denn was. Also da muss wirklich was getan werden und da reicht es halt auch nicht, dass man irgendwie, um, ich sage mal, jünger zu wirken und interessierter immer über Digitalisierung redet und irgendwie auf die Gamescom oder sowas geht. Das hat ja diese bayerische Ministerin da gemacht. Ja, die Frau Bär heißt sie, glaube ich, in irgendeinem Lederoutfit oder Philipp Amthor eine Games Night oder sowas macht. Da muss man halt tatsächlich auch mal die Dinge machen, die nachher wehtun, nämlich den Ausbau vorantreiben. Dazu gehört halt auch mal eine Straße aufzuweisen oder dazu gehört auch irgendwo mal ein Mast hinzubauen. Und da müssen halt die ganzen grünen Bürgerbewegungen, die uns zurück zur Lehmhütte mit Solarzelle obendrauf bringen wollen, die in den sauren Apfel beißen. Ist es dann die Aufgabe von der Politik, diese Masten zu bauen und das voranzutreiben oder sind es die Unternehmen, die da nicht aktiv genug sind? Sowohl als auch. Also die Politik muss da natürlich stark mit in die Verantwortung genommen werden, weil die Politik natürlich mit die Grundlage dafür gibt, dass sowas erfolgreich stattfinden kann. Wenn ich da als Unternehmen beispielsweise irgendwo meinen Verantwortung gerecht werden will, aber jedes Mal dann drei Bürgerbewegungen, die irgendwo einen Salamander, Lurch oder was anderes gefunden haben, quasi meinen Bemühungen entgegenstehen habe und dann noch der Bürgermeister kommt oder ein Landrat, der sagt, also bald steht wieder die Wahl an, dann wird es halt schwierig. Das trifft jetzt nicht unbedingt auf den Landrat hier zu, das muss man natürlich an der Stelle dazu sagen, aber es geht ja um was Grundsätzliches. Also auch hier, aber da können wir genauso nach Sindelfingen, Böblingen oder Walderstadt schauen, da muss wirklich was getan werden. Nur mal kurzer Ausflug an der Stelle noch, bei mir in Schaffhausen, in einem Teilhaut von Walderstadt, da ist jetzt bei den Unwettern ein Blitz wohl eingeschlagen und die ganze Straße war jetzt über fast drei Wochen vom Telefon- und Internetanschluss abgeschnitten. Das geht doch heutzutage nicht mehr, dass sich da niemand kümmert und dass man da nicht schneller dann unterwegs ist. Aber sind da nicht die Unternehmen in der Pflicht? Also so wie ich es mitbekommen habe oder so wie ich es wahrgenommen habe, sind das eher die Unternehmen, die dann sagen, das lohnt sich, es rentiert sich für uns nicht, hier weiterzubauen. Also ich habe von Bad Liebenzell gehört, da gibt es eine Kommune, die haben irgendwie als Kommune gesagt, wir bauen hier die Leitung. Also muss da die Politik Druck machen auf die Unternehmen oder selber? Ja, die Politik könnte jetzt zur Abwechslung mal die Regierungspolitik, nicht die Politik an sich, aber die Regierungspolitik könnte zur Abwechslung mal dann was Sinnvolles tun und nicht nur den Bürger belasten durch CO2-Steuern und Ähnliches, sondern dann halt auch mal denen, die ja durchaus fast schon Monopolstellungen hier, wenn es um die Fragen von Netzausbau etc. geht, denen kann man natürlich auch Druck machen und sagen, ihr habt hier eigentlich eine Aufgabe gerecht zu werden. Das wurde im Übrigen ja auch eigentlich zugesagt. Das ist ja Teil der Vereinbarung, dass das vorangetrieben wird. Aber jetzt Einschuldigen auf einer Seite ausmachen zu wollen, das kann ich nicht, sondern da muss man die Politik schon mit in Haftung nehmen, die Regierungspolitik. Jetzt hatten wir es vorher auch schon kurz von 5G und 6G. Wie siehst du 5G und sollten wir da China mit reinnehmen und uns unterstützen? Also dass sie uns unterstützen? Das ist natürlich eine schwierige Frage, wenn es um sicherheitspolitische Aspekte geht. Aber wir werden, glaube ich, leider im Grunde nicht drum herumkommen. Und eigentlich ist das linke Hosentasche, rechte Hosentasche, unsere sogenannten befreundeten Dienste ja spionieren sowieso schon alles, was unsere Bürger so tun. Deutschland lässt sich das im Übrigen auch überwiegend gefallen. Und die Bundesregierung und die entsprechenden Dienste greifen ja auch gerne auf die Erkenntnisse zurück. Also da siehst du, da würde sich quasi nicht viel ändern, wenn man das jetzt mit... Also ich meine, jetzt kann man natürlich über die Vorlieben des Einzelnen sprechen. Möchte ich, dass ich für den Amerikaner der gläserne Bürger bin oder für den Chinesen? Oder für beide. Oder für beide. Also grundsätzlich glaube ich, dass wir stark mal darüber sprechen müssen, wie wir die deutsche Rolle zukünftig in der Welt sehen. Gerade im Verhältnis zu China, zu den Vereinigten Staaten und so weiter. Weil diese klassische monopolare Welt mit dem amerikanischen Hickemon, die ist eher zu Ende. Wir sind immer multipolarer unterwegs. Ja, dann komme ich schon zur letzten Frage. Und zwar, wieso bist du der richtige Kandidat für uns für Herrenberg? Also ich glaube, das liegt auf der Hand. Und wer das jetzt sich angehört hat, welche Punkte für uns wichtig sind und auch für mich. Das ist ganz vorne ran eben auch, dass wir hier weiterhin einen verlässlichen Wirtschaftsstandort haben. Dazu gehört natürlich vor allem auch, dass die Unternehmen bei uns im Kreis wissen, was macht denn die Bundesregierung in puncto Corona? Will man jetzt jedes Mal, wenn die Inzidenzwerte wieder ansteigen, einen Lockdown beschließen? Das heißt, wir brauchen Planungssicherheit, wir brauchen Verlässlichkeit. Wir brauchen aber auch eine Politik mit Maß und Mitte. Wenn es darum geht, eben staatlich einzugreifen. Zum Zweiten bin ich der Kandidat, der sich hier ganz klar dafür ausspricht, dass die Automobilindustrie im Kreis auch weiterhin gehalten werden kann. Und dazu gehört eben nicht für mich, dass ich mir die Stadt der Zukunft oder auch den Landkreis der Zukunft so vorstelle, wie das vielleicht die Kollegen von den Grünen machen, dass hier alles in Zukunft mit dem Lastenfahrrad transportiert wird und dass eine der größten Volkswirtschaften der Welt mit Windrädchen, Solarzellen angetrieben werden kann. Sondern da muss man schon schauen, dass man das beides miteinander in Einklang bringt. Immer auch quasi dann vor die Klammer gezogen, dass der Bürger, dass der Verbraucher auch die Möglichkeit hat, weiterhin gesellschaftlich Teilhabe zu haben. Weil alles, was wir diskutieren mittlerweile, wirkt sich so massiv auf die Verbraucher aus. Es gibt halt immer mehr Familien, denen, glaube ich, gar nicht klar war, was diese CO2-Steuer nachher für den Geldbeutel bedeutet. Denen nicht klar war, was die Mobilitätswende letztendlich für sie bedeutet, wenn sie halt 2004 oder 2005 ihren Diesel gekauft haben, im Vertrauen darauf, dass sie auch noch 20 Jahre damit fahren können. Und plötzlich kommt da der Staat und nimmt mir den fahrbaren Untersatz, Entschuldigung, zieht ihn mir quasi unterm Hintern weg. Das sind alles Entwicklungen, die finde ich persönlich verrückt. Das ist eine Enteignung, die da stattfindet. Und da darf der Bürger in Baden-Württemberg, ich weiß, es geht uns allen immer noch gut, aber wir können auch nicht ewig von dem zehren, was Generationen vor uns aufgebaut haben. Da darf er dann auch mal etwas sich an den Franzosen orientieren und den Italienern, die leidenschaftliche Protest gegenüber der Regierungspolitik zum Ausdruck bringen. Dann bedanke ich mich sehr, dass du da warst. Danke auch für deine Arbeit im Bundestag und für die Opfer, die du da bringst. Es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass da jemand es der Verantwortung übernimmt und sich die Sitzung und das alles antut, auch den Druck von außen. Gibt es jetzt noch irgendwas zum Abschluss, was du loswerden willst, was ich dich nicht gefragt habe? Ja, auch im Grunde will ich mich noch mal für die Einladung bedanken und auch danke für die Arbeit sagen. Ich finde das Format, das ihr aufgebaut habt, sehr gut. Ihr könnt damit quasi wirklich die komplette politische Bandbreite abdecken. Und das ist, glaube ich, auch wirklich wichtig, ganz unabhängig jetzt von den einzelnen politischen Positionen, dass man weiterhin zumindest miteinander im Austausch ist, im Gespräch. Und das ist das, was unsere Demokratie letztendlich auch ausmacht. Dafür sind wir da. Vielen Dank, Max. Danke, dass du es dem Video bis hierhin geschafft hast. Wir hoffen, du hast einen guten Einblick über den Politiker bekommen. Um nichts weiteres zu verpassen, abonnier den Kanal und aktivier die Glocke. Bis dahin, ciao, ciao. Vielen Dank. Vielen Dank.